Begleite Eddy auf seiner Tour durch das Käseland Schweiz. Diesen Herbst treffen sich über 300 Käserinnen und Käser, die Besten ihres Fachs, und kämpfen um den Schweizer Meistertitel. Lerne Lilian, Theo, Nicola, Menno und Johannes kennen, auf ihrem Weg an die 12. Swiss Cheese Awards ins Val de Bagne im Wallis. Lerne Lilian